mein iphone ach die habe ich mit mike schon mal gespielt kann sich an die strecke erinnern wo du auf klo gegangen bist aus der rede bedarf ja nein erinnerst du nicht mehr wo du rausgeflogen bist aus dem spiel ja torsten hat redebedarf gehabt wer ist denn jetzt schon wieder torsten sein klo hast du das immer noch nicht gemerkt merken wie bitte wie bitte wie bitte warum ist aber günstig da ja komm schon danke weiter verraten wo hier der nächste punkt ist drüben auf der anderen seite muss das spiel noch mal machen nein zu früh abgewogen nein zu spät komm autos aus gummi oder was das ist Jetzt ist der auch schon da. Jetzt ist mir jetzt nicht gut der Druck hier. Ach, f*** doch die Henne, man. Was ist hier verkehrt? Weil jeder fress und mein Trinken ist auch noch mal. Schrei doch mal nicht so, Alter. Ich weiß nicht, wie ich es noch mal will. Das sagt gerade der Richter. Ach komm. Das war steiler der zweite Aufgang, ne? Das weiß ich, kann ich jetzt ohne gar nicht sagen. Auf jeden Fall die Kurve, die hat, da hab ich damals schon Probleme gehabt. Komm, 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 komm. Hör mal. Was geht das wieder los an der Kurve hier? Ach komm, f*** doch die Henne, Mann. Was geht das wieder los an der Kurve? Brems, Brems! Ach man! also ich kann nicht sagen ich habe die hier schon mal beendet die strecke was mache ich denn hier nachkommen fall einfach runter ja komm komm Na klar, komm, komm, ziehst du hoch? Nein, ziehst du dich nicht mehr hoch. Aber ich bin der Meinung, wir sind damals ungetuned die Dinger gefahren. Beide rauf! Danke. Nein, nein, nein. Ach, man. Das sollte viel spaßig werden, Alter. Ach, du hast den Punkt schon, ja? Hm. Okay. 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 Ja, halt. Hätte wenigstens zwei Rampen beim Aufkommen hinstellen können, dass man wenigstens vernünftig drauf landen kann. Ach komm. Ah, ja. Ah, jetzt. Ja. Eine Insel. Ach komm. Ach komm. Ja. 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 Okay. Wir wechseln und wechseln wieder zurück. Ja. 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 Wir fahren auf zwei Rädern, das ist richtig. Nä. Ne! Ach komm ey. Okay. Mann, ey Ach, ey, jetzt kommen wir auf diese Scheiß-Dings mehr drauf. Ach, komm, ey, fickt doch die Henne, Junge. Oh, okay. Ach, komm. Jetzt komm ich mal mehr rüber auf diese Scheiß-Grüne-Rampe, Alter. Ach, komm. 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 Ach, komm, ey. Wie war das? Wie läuft's bei dir? Gut. Bist im Ziel oder was? Ja. Dann fahr rein. Sicher. Na ja, fahre hin. Ja, fahre hin.